Willkommen zu meinem Leben! Der Tod ist die einzig mögliche Strafe für einen Schurken wie von Rita. Genosse Stalin sagt oft, dass der Tod alle Probleme löst. Kein Mann, kein Problem. Sollte es eine Hölle geben, dann wird von Rita bald darin schmoren, schätze ich. Wir sind hier, Genosse Hauptmann. Von Rita sollte hier sein. Wir müssen ihn finden und liquidieren. Zerstören Sie die Ausrüstung. Und falls Sie Dokumente finden, nehmen Sie sie um jeden Preis mit. Na los! Genosse Korobow, Bewegung! Sie müssen wissen, dass wir hier sind. Beeilung, bevor Sie mit den Dokumenten verschwinden! Nuriert werden. Bekommt und hier müssen die Ausrüstung! Wenn Sie nicht, wenn Sie zum Beispiel auskommen, werden Sie die Ausrüstung verlieren? Ja! Ungefärte aus! Bekommt man an einem Ausrüstung! Ja! Ich bin aus! Auf der rechten Seite, Vorsicht! 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 Wenigstens haben wir die Dokumente! Nichts wie weg von hier! Auf der rechten Seite! Auf der rechten Seite, Vorsicht! Auf der rechten Seite, Vorsicht! Auf der rechten Seite! Auf der rechten Seite, Vorsicht!